Löchchen, Tagchen ihr Lieben, herzlich willkommen, ah muss ich ja machen, herzlich willkommen. So, unterstützend würdet ihr jetzt eigentlich das... Ich bin verwirrt, Moment, man sollte sein Pop-Up nicht aufhaben, wenn man dreht. Unterstützend gibt es jetzt statt das Stimmungstarometer, Dienstag, Donnerstag, einfach eine Legung für euch, ja. Da wird vielleicht jemand reinkommen, mit dem ihr zu tun habt, aber es ist jetzt nicht speziell das Format Du und Dein Gegenüber. Das seht ihr und könnt ihr euch aussuchen. Gerade wenn man schon da draußen ist, sind so eine Legung ganz gut und ich gucke dann einfach mal, wie es bei euch ankommt, ob ihr mit sowas resonieren könnt, ob ihr das braucht für euch. Und ansonsten bleibt weiterhin gesund, verliert den Verstand bitte weiterhin auch nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Bestenfalls werden hier Sachen hochkommen in der Energie, wo ihr euch befindet, beziehungsweise dass ihr schon Prozesse durch habt. Ja, wir gucken jetzt einfach mal rein und starten mal rein. Du hast dich in einer sehr stolzen Zeit gesehen, warst verbunden, bist verbunden, bist sehr stolz reingekommen mit sehr viel Power, ja. Könnte auch sein, dass du das wieder vermisst, dein Stolz. Viele Menschen, glaube ich, waren in deiner Umgebung von dir angetan, brauchten dich. Du warst sozusagen eine Vorzeige-Ikone, jetzt nicht falsch verstehen, aber du hast hier eine sonderbare Art, die Menschen an dir bewundern, ja. Und das meine ich jetzt wirklich schlagartig. Manche brauchen sehr lange, aber du hast wahrscheinlich so dieses gewisse Know-how, etwas zu besitzen, was andere anziehend an dir finden, ja. Egal ob Freundschaft, Familie, Liebe, Kollegium, völlig wurscht. Es könnte ein Problem sein, dass du das verloren hast, dass dein Stolz auf der Strecke geblieben ist durch bestimmte Bereiche in deinem Leben, aber trotzdem hast du das nicht verloren, ja. Hier ist eine bestimmte... Du hast einfach einen bestimmten Wesenszug an dir oder auch ein bestimmtes Talent, ja, was nur du vorweisen kannst. Bleibe ich dabei. Was nur du vorweisen kannst. Und das vermisst du so ein bisschen. Durch Zehn der Stäbe. Es tut mir leid, aber ich muss... Sechs Karten ist mir ein bisschen zu heftig, auch wenn es lieb gemeint ist. Du warst hier sehr großzügig, ja. Du hast deine Stabenergie verteilt, wenn du hier reinguckst. Du warst ein gutmütiger oder bist ein gutmütiger, großzügiger Mensch, der wirklich sein letztes Hemd gibt und irgendwo... Oder es war so, hast du dein letztes Hemd auch verteilt, ja. Sehr viele Enttäuschungen. Vielleicht waren zwei, drei Menschen bei, die es dir gedankt haben. Aber der Rest, der war wirklich sehr enttäuschend. Du hast hier deine Stabenergie verteilt, hast sie nicht mehr für dich, ja. Dieses ganze Stolze, ganze Kreative an dir hast du verloren durch irgendetwas, weil du es verteilt hast an die Menschen, die es von dir brauchten. Und das macht dir Sorgen, ja, Gedanken. Wenn du so richtig überlegst, machst du dir hier Gedanken, dass du vielleicht nie wirklich was zurückbekommen hast, ja. Ritter der Schwerter, hat man es dir jemals eigentlich gedankt, bis auf die zwei, drei Menschen? Hier fehlt sehr, sehr viel, ja. Hier fehlt sehr viel, dass du Sachen zurückbekommen hast. Und damit könnte es zu tun haben, dass du hier sehr stark über dein ganzes Leben philosophierst, nachdenkst, dir auch die Ruhe nimmst, ja, zum Nachdenken. Manchmal gibt es so Tage, da willst du einfach gar nichts wissen und hören, beschäftigst dich nur mit dir selbst. Ritter der... War das Ritter? Ritter der Schwerter ist so dieses... Du hast immer diese Klatschen verteilt bekommen, ja. Vielleicht auch sehr viele Vorwürfe von anderen. Du würdest gerne mal hier zurück klatschen, wenn ich es mal in meiner Weise ausdrücken darf. Du würdest gerne all diesen Menschen, denen du deine Energie gegeben hast, wo vielleicht sehr wenig zurückkam, würdest du gerne mal so einen Rundumschlag geben, ja, als Ritter der Schwerter, denen die Meinung sagen. Aber du guckst eben hier auch, was würde es bringen, wenn du so einen Rundumschlag machst, ja. Vielleicht geht der Rundumschlag jetzt auch in eine Art der Selbstschutzverteidigung, wo du für dich selbst erkennst, ich muss wieder das werden oder bin auf dem besten Wege hin, Königin der Stiebe zu sein. Ich hole mir die ganze Energie zurück, die ich verschenkt oder verballert habe, ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Wo geht es für dich hin? Vielleicht warst du auch zu gutmütig, zu großzügig. Vielleicht hat man auch genau deine Ideen oder deine Lösungen dafür benutzt und sie selbst umgesetzt, ja. Das ist so wie, du hast etwas vorgeschlagen und damit sind andere erfolgreich geworden, so nach dem Motto, oder vorwärts gekommen und haben sich dann verdünnisiert oder wie auch immer. Du hast dir wirklich sehr viel Kraft und sehr viel Elan reingesteckt. Du siehst oder erkennst diesen Kreis, ja. Muss nicht zwingend jetzt notwendig das Übelste vom Üblen sein, weil viele immer noch so getriggert sind vom Teufel und ich denke mir so, meine Güte, ja. Diesen Teufel gibt es und der ist wichtig. Ich sage es auch in sehr vielen Legungen. Wer nicht erkennt, dass Engel und Teufel zusammengehören und wer sich immer nur einbildet, es gibt nur das Schöne, ja. Licht und Licht. Das ist eine Warnkarte, sonst würden wir alle über Rot fahren, sonst würden wir alle unsere Hände auf dem Herd packen, sonst würden wir alle mit dem Feuer spielen, bis wir verbrennen, bis wir nichts mehr merken. Aber du merkst hier ganz gut, ja, mit der Steinbock-Energie, wo sind die Gefahren und wie umgehst du Gefahren für die Zukunft, ja. Bei dem Teufelskreis, den hast du hier schon längst absolviert. Du sitzt nicht mehr im Teufelskreis bei mir gerade. Du umgehst diesen Teufelskreis. Man könnte fast sagen, es wäre ein Wunder, wenn man dir die komplette Energie klauen würde, weil das, was du durch hast, sollen mal andere erst mal nachmachen, so nach dem Motto, ja. Könnte vielleicht auch dein Denken sein. Das, was du alles schon geschafft hast, da bist du gegen den Teufel gewappnet. Du wirst Stellen erkennen, die du nicht mehr eingehst. Du wirst viel schneller damit umgehen können, was ist Gefahr, wo lauert Gefahr, ja. Wo lauern die Tücken, wo lauert Toxic. Und wiederum schließt sich auch hier wieder der Kreis im Teufelskreis. Du holst dir dein Recht wieder zurück. Du bist irgendwo an diesen ganzen Sachen gewachsen. Es war dir eine Lehre, ja. Und die Lehre nimmst du mit. Die gehört zu dir. Negative Erfahrungen machen, Enttäuschung erleben, gehören zu dir, um es besser zu machen. Wenn du das nicht kennen würdest, dann würdest du wahrscheinlich jetzt erst Probleme kriegen, ja. Oder ewig damit rumrennen. Und da ist es auch. Wie kriegst du es hin, ja. Indem 10. der Kälte kommt. Du hast gelernt, nur noch echtes wirst du mitnehmen. Nur noch für echtes wirst du dich interessieren. Für keine halben Sachen, für auch nichts, was schwierig ist. Wo du die Tücken merkst, wo du merkst, okay, da ist schon wieder so eine Toxic drin. Dann wirst du vorher den Kreis verlassen, ja. Du weißt, du würdest dir hier die Hände dran verbrühen. Und dein Ziel und dein Wunsch ist es anzukommen, weil du dieses Gefühl eigentlich schon kennst. Das Miteinander, das Volle, ja. Die Harmonie aus der Disharmonie, könnte man hier sagen. Aus der Disharmonie raus, in die Harmonie rein. Und das ist deine To-Do-Liste, ganz oben, ganz weit oben. Du orientierst dich an Menschen, mit denen es klappt. Du orientierst dich an Menschen, mit denen es klappt. Und ich sage dir auch, zu welchen Menschen, ich kriege richtig Gänsehaut, der, der zu dir passt. Oder die Menschen generell, die zu dir passen, die dir nicht mehr deine Stäbe klauen. Die nicht mehr nur in dir das sehen, weil du es besitzt, sondern weil sie es selber mitbringen. Und hier sind deine Menschen König der Stäbe. Du suchst und weißt, das, was dich weiterbringt, ist natürlich das, was du selbst vorweisen kannst, ja. Eigentlich eine simple und einfache Regel. Das, was man von dir ewig wollte oder auch genommen hat, brauchst du natürlich auch von deinem Gegenüber oder von deinen Mitmenschen, die dir genau das geben können, was man von dir möchte und sucht, ja. Nur auf eine andere Art und Weise, aber das ist die Erfüllung für dich. Du umgibst dich bitte mit Menschen, denen du ansiehst, dass sie selber stolz auf das sind, was sie geleistet haben, weil du das Gefühl als Königin der Stäbe vorgibst, weil du das auch weißt, wie es sich anfühlt. Wenn du weißt, wie sich etwas anfühlt, dann kannst du die Menschen auch viel schneller aus Kreisen aussortieren, weil du weißt, wie sie selbst fühlen. Weil in diesen Menschen steckt ja auch deine Gabe, ja. Und das brauchst du für dich. diese Leidenschaft, dieses Durchhaltevermögen, dieses Durchziehen, dieses nie langweilige und auch nicht dieses träge, trübe. Es gibt hier die Kombination zwischen euch beiden, euch hochzuschaukeln, komme, was wolle, ja. Immer daran glauben, das sind deine Menschen, auf die du einen Fokus legen solltest und wo du auch weißt, dass du es brauchst, ja. Du hast vielleicht mit deiner Gabe immer einzig und alleine für oder gegen Menschen kämpfen müssen, weil du auf diese Menschen nicht getroffen bist, weil so eine Menschen an dich nicht rangekommen sind, ja. Du hattest in der Zeit eher wieder den Fokus auf die Menschen, die zu dir treten, die dich finden, ja. Diese Menschen hatten durch ihren eigenen Stolz auch nicht diesen, diesen Zeitsprung dicht zu finden, weil du in dem Moment vielleicht auch schon besetzt warst, ja, oder wie auch immer. Oder diese Menschen haben genau das Gleiche erlebt wie du, wurden von anderen Menschen gesucht, statt von dir. Aber die Energie starb, also Feuer, ja, sehr viel Feuer würde hier zu einem besseren Lebensweg verhelfen, um zu sehen, dass wahrscheinlich die Tücke darin eher liegt, lass uns mal Piano machen. Ihr werdet hier in der Verbindung wahrscheinlich so viele Ideen haben, Bewunderung für euch beide. Ihr seid so, so, Macher, ja, Machertypen, Macher, begeisterungsfähige Menschen, die sehr optimistisch durchs Leben gehen. Und hier kommt auch schon diese Scheinheiligkeit, diese Illusion. Dein Weg geht in die Richtung, sobald du noch mal das Gefühl hast, hier stellt sich das nicht realistisch ein, was du dir gerne erhofft hättest von diesen Menschen. Solange du vertröstet wirst auf dieses Hin und Her, ja, solange du merkst, diese Menschen geben jemanden ab, der sie selbst nicht sind, sondern gerne wehren durch deine Stärke. Dieses ganze Illusionsgequatsche von Menschen, die dir nichts vorweisen können, wirst du ab sofort oder ab dieser Zeit dankend verneinen und ablehnen. Auf dieses Spielchen, auf diese nur ich träume von, diese Menschen waren es in deinem Kreis, ja, die dir Sterne vom Himmel holen wollten, die dir was vorgemacht haben, die große Ziele erreichen wollten, aber im Endeffekt, vielleicht hast du dafür nur gearbeitet, ja, oder du wurdest damit so angesteckt mit diesem Wunsch, dass du dich an diesem Wunschgedanken festgehalten hast, aber generell lief hier immer etwas gegen bei zwei der Münzen, ja, da hat die andere Seite nicht so mitgemacht, wie es hätte sein sollen. Wäre schön gewesen, aber das ist das, was du hier daraus gelernt hast, auf deiner Reise. Wo es hin soll, ich lege mal den König der Stäbe, das sind Menschen, natürlich kann es sein, dass es nur ein bestimmter ist, ja, ich lege mal rauf, was bringt der mit an Erfahrung, damit du damit arbeiten kannst, falls es zu diesem Punkt kommt, kannst du dich an diese Legung nämlich immer erinnern, diese Legung ist auch zeitlos, ja, achte auf folgende Menschen, wirst du dich freuen, neun der Scheiben und acht der Scheiben, absolut, da gibt es keine Quatsche, da macht man, da ist man so fortgebildet in seinem Weg, sein Lebensweg ist gekennzeichnet, ja, man hat hier was vorzuweisen, wenn du sagen würdest zu diesen Menschen, schreib mal bitte einen kurzen Lebenslauf, dann würdest du dir voller Erstaunen feststellen, dieser Mensch oder diese Menschen, die du hier anziehst und brauchst für dich selbst, sind nie stehen geblieben im Leben, ja, komme was wolle, bei der Schwere, die sie hatten, die sind nie stehen geblieben, wie Duracell-Männchen, immer weitergemacht und dieser Mensch wird dir auch nicht vortäuschen, dass man hier einen, ja, irgendwie eine Wahnvorstellung hätte, dass man stolz auf sich wäre, nein, man ist stolz, man könnte hier sogar großartig schon ausgesorgt haben, das heißt, alles würde wegfallen, wie kannst du mir mal Geld bocken, kannst du mir mal dahin helfen, kannst du mal für mich das erledigen oder machen, ist nicht, ja, dieser Mensch hat hier sehr viel erreicht, ist bei sich selbst angekommen, hat einen ziemlich hohen Selbstwert und einen ziemlich hohen IQ, ja, man ist hier sehr gebildet, aufgrund seiner Versorgung, also von dieser Person, diese Versorgung, dieses ausgesorgt haben, ja, man kümmert sich wirklich nicht mehr um finanzielle Sachen, sondern man kümmert sich hier um die Lebensfreude, um das, was Spaß macht, um neue Sachen zu entdecken, das könnte auch immer wieder sein, ich bin begeisterungsfähig für neue Sachen, für die neuen Entwicklungen, ja, schön, sehr, sehr schön, Gefühle bauen sich auf, in freundschaftlich, Familie, äh, La Familia, in freundschaftlicher oder familiären Situation oder in der Liebe, ja, dieser Mensch oder diese Menschen werden dir ans Herz wachsen, da ist Gefühl, da wird Gefühl transportiert in einer Ehrlichkeit hoch 10. Du darfst schon fast davon träumen, ja, du wirst dir erstmals wieder Ruhe reinkriegen, du hast sogar die Zeit, dich gerne auszuruhen, weil du mit dir zufrieden bist, weil du auf Wolken, ich will es nicht übertreiben, aber du hast das erste Mal das Gefühl, da sind Menschen wie du, ja, die ticken wie du, du kannst dich hier zur Ruhe begeben, diese Ruhe ist nicht mehr schwer, weil du musst, sondern du kannst es genießen, ja, du brauchst diese Ruhe, du gönnst dir diese Ruhe, weil dir Menschen die Ruhe gönnen, weil du dich ausruhen darfst, es ist alles fein, es wird alles ruhig, ja, leicht, ach, herrje, guck mal, leicht, absolutes Sonnenkind bist du hier, du wächst zum Sonnenkind dran, absolutes Sonnenkind, hier ist eine Entwicklung zu sehen, eine ganz neue Richtung, ja, du kannst mit diesen Menschen oder mit diesen Menschen als Mehrzahl etwas erschaffen, ja, hier liegt was vor dir, hier könnte etwas ganz Großes warten, du würdest etwas schaffen mit diesen Menschen, weil diese Menschen genau den gleichen Gedanken haben, mit dir dort durchzugehen, ja, ihr habt allesamt Geduld für diesen Prozess, weil ihr davon überzeugt seid, weil da eine Berufung drin steckt, eine Liebe, eine Leidenschaft, wie auch immer, ihr habt die Zuneigung für euch entdeckt und das ist unverschleiert, ja, das wird schön, vielleicht im Sommer auch der Höhepunkt, aber hier gibt es nichts Verdecktes, diese ganzen Situationen mit diesem, es ist heiß, dieses Spiel ist heiß, ist vorbei, ja, du brauchst dir keine Angst mehr zu haben, du könntest hier ein bisschen noch an Misstrauen hadern, ja, zu dir selbst, es könnte sein, dass du so ein bisschen dir selbst die Schwere reinholst durch Misstrauen, weil es vielleicht zu schön läuft, um wahr zu sein und du kennst eben auch diese Etappen, ja, dass du das Gefühl hast, dir würde man wieder alles wegnehmen, wenn es steht oder dieser Weg wäre umsonst, wo hast du schon Misstrauen kennengelernt, wo hat man dein Vertrauen missbraucht, das könnte so ein bisschen im Wege stehen, da würde ich ein bisschen drauf aufpassen, solltest du auch, weil es sieht momentan wirklich alles rund und gerade aus, richtig schön, wir haben die Mäßigkeit mit einer Schürze-Energie, meine Lieblingskarte und das ist der Wink mit dem Zornfall, solange du es in der Mäßigung hast und einfach nur beobachtest und niemanden unterstellst, weil du hier noch nicht geheilt sein könntest, mäßige dich, mäßige dich in Ideen, die reinkommen, sieh nicht in allem eine Gefahr, weil dafür hast du den Teufel zu oft überlebt, mäßige dich in diesem, dass alle Menschen böse sind, mäßige dich in dem, wie du auf Menschen zugehst, siehe nicht in jedem sofort das Böse, ja, bloß, weil du hier noch ein paar Probleme vor- oder aufzuweisen hast, ja, weil es dir wehgetan hat, es ist schwer, dein Vertrauen zu erlangen, es ist schwer, dass du vertrauen kannst, ja, weil du sehr lange auf dich wahrscheinlich alleine gestellt warst und sehr oft enttäuscht oder auch eines Besseren belehrt wurdest, Pferde kotzen sehen hast, wie auch immer, ja, ganz wichtig, mäßige dich, es gibt Menschen, die sind nicht so, wie du böse Menschen kennengelernt hast, ja, das wird sich hier mäßigen, du musst dir selbst und anderen auch die Chance geben, das Gefühl der Boshaftigkeit auch mal ablegen zu dürfen, ja, weil sonst rennst du selbst die ganze Zeit wie gestört und gesteuert, alle sind böse, ja, ich kann so eine Kanäle sorry, aber es gibt so viele Überschriften, wo ich schon Schnappatmung kriege in der Überschrift, so, ja, mag sein, dass ihr alles durch habt, aber mir fällt's auf, es ist verhäuft nur noch Warnungen, 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 mir fehlt einfach, ich fühle in diesen Titeln einfach nur noch, ihr seid Alleinekämpfer, ihr seid Einzelkämpfer, ihr seid Kämpfer, ihr müsst das, ihr müsst das, sonst, aber, oder, da kriegt man ja schon Schnappatmung von diesen Wörtern, ja, dieses Bekämpfen, ziehe dich weg, bleib weg von denen, erkenne so, erkenne das, wenn das passiert, das, äh, sorry, ja, aber so ein Publikum, ich bezweifle, dass sie es jemals verstehen werden, die werden sich im Schatten suhlen und natürlich auch alles schattig sehen, ja, und deswegen bitte ich euch hier, die ganze Welt kann ja wohl, es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier zwei einzige Deppen sind von der ganzen Weltkugel, die an die Liebe glauben oder an das Gute im Menschen, jetzt mal scharf gesprochen, ja, und da bitte ich, wenn man ein Gefühl hat zu sich selbst, man wird ja irgendwann merken, wenn was nicht stimmt, aber man muss es sich vorher nicht einreden oder einbilden, ja, das ist nur für dich zum Schutz so, aber du stößt damit auch andere weg, ja, oder verbaust dir auch Chancen und die Chance, die war ehrlich gesagt hier ganz großartig zu sehen, hier ist etwas möglich, es soll kein Vorwurf sein, aber gehe nicht mit diesem Gefühl zu Dates oder mit diesem Gefühl, natürlich, du musst immer mit diesem Gefühl eingestellt sein, ja, es könnte irgendwann eine Enttäuschung kommen, genauso aber auch von dir, dass du es nicht mal mit Absicht gemacht hast oder nicht mal geplant hast oder wie auch immer, ja, wie schnell verletzt man Menschen, wo man sich denkt, so hä, deswegen, so oder war ja nicht meine Absicht oder wie auch immer, versuche das Bild, mit was man dir sehr oft im Leben wehgetan hat, ein bisschen in den Hintergrund zu rutschen oder zu rücken und gehe ganz unvoreingenommen mit einer gesunden Vorausschau an neue Menschen ran, ja, lass es zu, dass man dich kennenlernen darf, und wenn du Grenzen setzt, dann lässt du es auch zu, dass man dich nicht verletzen darf. Wir haben ja Acht der Kelche, die Sicht auf neue Dingo und Neuen der Kelche in der Weiterentwicklung, wunderschön. Für dich wäre es schön, für dich wäre es schön, wenn du begleitend auf diesem Weg, der vielleicht manchmal noch ein bisschen steinig und unerwartet kommt, dich wirklich fokussierst auf die schönen Sachen, auf die schönen Dinge des Lebens. Auch wenn dir der Weg einsam vorkommt, schwer vorkommt, lang vorkommt, ungerade vorkommt, auch in der Mäßigkeit bleiben, dieses Schöne und nicht mit deinem Misstrauen gleich sofort zu starten, dieses Schöne wieder zu erkennen und du wirst sehen, dass es auch schöne Sachen in deinem Leben gibt, wenn du dich darauf fokussierst, wenn du auf die schönen Dinge achtest und nicht nur, oh Gott, was passiert als nächstes, wenn ich hier durchlaufe? Da sollte dein Schutz drin liegen, ja? Bei neun der Kälte ist deine Selbstliebe klar zu erkennen. Wenn du dich selbst liebst, dann wirst du als erster Mensch merken, was dir weh tut und ab dieser Stelle machst du einen Cut, sprichst es an, setzt eine Grenze, aber dein Gegenüber oder die Menschen, die in deinem Leben jetzt neu dran teilhaben, werden es nicht schaffen, wenn du dich selbst liebst, dich niederzuknüppeln, ja? Die Angst vor diesem Misstrauen ist unbegründet, weil wenn du dich selbst liebst und merkst, sobald etwas nicht stimmt und dir wehgetan wird, es geht nicht immer nach deinem Kopf, das ist wieder eine ganz andere Sache, ja? Aber wenn du merkst, es hat hier mit Verletzungen zu tun und du bist in deiner kompletten Selbstliebe wie hier, dann wird es nicht tiefer gehen, dass man dich verletzen oder betrügen kann, ja? Weil dann ziehst du die Karte und sagst, ich habe das Gefühl, ab diesem Punkt tut es mir weh. Kann man es klären oder kann man es nicht klären? Da hast du aber dein Recht dann auch zu sagen, ich entziehe mich, auch wenn es emotional ist, aber ich muss weiterlaufen, ja? Ich gucke auf die schönen Dinge des Lebens, ich gucke auf die schönen Sachen und nicht nur auf die schlechten, um in Warnung zu leben, ja? Die ganze Zeit auf so einer Stellung zu sitzen, überlegt euch mal selbst, warum sehr, sehr viele einen psychischen Schaden haben und das meine ich böse, ja? Weil die Menschen dafür nichts können, die, die im Krieg sind oder die Bereitschaft haben, ja? Das ist ja nicht mal aus dem Bilderbuch, sondern diese Menschen haben einen psychischen Schaden, wenn die im Krieg landen und brauchen psychische Betreuung, weil sie die ganze Zeit fokussiert sind auf, was passiert als nächstes, ja? Die ganzen traumatisierten Menschen, die im Krieg leben, die können nicht eine Nacht ruhig schlafen, die sind die ganze Zeit, die sehen auch nichts Schönes mehr, ja? Und das ist ja das Traurige daran. Die können nicht fokussiert sein auf das Schöne, die müssen trainiert sein, das ist ein Trauma, ja? Die achten darauf, was passiert als nächstes. Was ist, wenn ich zur falschen Stelle am falschen Ort bin, ja? Die ganzen Minen oder wie auch immer, die sind darauf spezialisiert oder können auch gar nicht anders überleben, die ganze Zeit den Fokus auf Negatives zu legen in Angst, ja? Und das braucht ihr hier, wie viel Glück ihr habt, braucht ihr hier nicht machen. In Angst leben, dass irgendwas unvorbereitet aus dem Nichts kommt, ja? Was nicht mit euch zu tun hat. Entweder lasst ihr es zu oder habt euch krank spielen lassen, krank machen lassen, dazu muss es nicht kommen, ja? Alles, was euch selbst betrifft, in der Selbstliebe, bestimmt ihr auch selbst. Und da gibt es kein Ich kann das nicht, das tut mir zu weh, gibt es nicht, ja? Ich rede jetzt nicht von Kind- und Elternverbindung. Also, das ist ja noch mal eine andere Kategorie, die eröffne ich gar nicht. Wenn, da gibt es aber auch Probleme, aber nee, lassen wir raus. Aber solange es nur um euch geht, könnt ihr, ohne dass ihr hier in Kriegsangst leben müsst oder ein Trauma habt von so Situation nur noch auf Wachzustand zu sein, ja? Selbst wie so ein Satellit alles abfangen, alles böse abfangen, so eine Nachrichten oder so eine Titel sind das, ja? Böse trainierte Titel, wo die Creator meines Erachtens nach einen wunderschönen Gong weg haben, Menschen zu Einzelkämpfern zu machen und sich aber wundern, das ist ja der Witz, und sich aber wundern, warum die Gesellschaft nicht mehr zusammenhalten kann. Weil antrainiert wird sein Einzelkämpfer. Einzelkämpfer und Selbstliebe hat nichts mit Einzelkämpfen zu tun, ja? Oder andere abstoßen und keine Nächstenliebe mehr zu vermitteln. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich finde es ganz furchtbar, ja? Ich weiß auch nicht, warum mir so Videos angezeigt werden, aber ich finde das ganz furchtbar. Ich probiere bei einigen wegzudrücken, kein Interesse, bei manchen fehlt das, bei manchen kannst du es überhaupt nicht einstellen, ja? Wo ich mir denke, so, ey, was ist das denn? Wer hat sich an den Titel ausgedacht, ja? Da steckt ja purer Eigenhass drin. Und ihr müsst eben auch wirklich aufpassen, inwieweit bearbeiten sich die Kreatoren, die Creator so rum selbst, ja? Die haben selbst mit sich ein Problem, wenn die so in die Tiefe gehen und eigentlich nur noch von ich, ich, ich sprechen und jeden zum Einzelkämpfer machen wollen, ja? Gerade so die überaus Erwählten. Passt da einfach auf, geht da nicht zu tief in die Materie, lasst euch nicht den Humbug erzählen, dass alle Menschen auf der Welt grausam sind, sondern findet einfach nur die Gruppen, die sich mit so einer Scheiße nicht abgeben, weil die Scheiße findet sich in so Kreisen, ja? Zusammen. Du musst wieder zurückfinden in das Schöne, in das Leichte, ja? Du musst dich von mehreren Sachen vielleicht auch mal abwenden, wo wirklich nur noch Drama, ja? Ich denke mir manchmal, bei manchen Trash-Sachen auch, es ist nicht vermeidbar, es ist nicht vermeidbar, dass man es sieht, aber was interessieren mich denn andere, ja? Ich meine klar, wenn man irgendwo Fan ist von, dann ist es vielleicht spannend, aber diese ganzen Titel, diese Trashies, ja? Vielleicht Unterhaltungswert mal, aber wart ihr denn dabei? Ich denke mir immer, wart ihr denn dabei? Ja? Ich denke mir immer nur, ey, wenn meine Beziehungen so hoch gemüllt werden würden, niemand, niemand würde von anderen wissen, außer das Gegenüber und ich, wie es wirklich ablief. Und dann kommt noch mal die Wahrnehmung dazu, ja? Und so einen Schrott guckt man dann, so eine Titelangabe, wo sich andere ein Urteil bilden, Schlampe, Arschloch, Drecksau, Fremdgeher und ich denke mir so, oh, ja? Oh, ist das jetzt so spannend, sich immer nur, und das meine ich, da hängt man dann auch wieder drin in dieses, ja, es gibt eben nur noch Schweine, es gibt nur noch Arschlöcher als Männer, es gibt nur noch blöde Frauen, so eine Sprüche, ja? Das kennen wir ja hier auch aus den Kommentaren und ich denke mir so, ey, um Gottes Willen, bitte verschwindet von meinem Kanal, ja? Also wer so verloren ist und wirklich Geschlechter schon anprangert, äh, der, die sind doof und der ist doof und die ist doof, die Gruppe sind döver, äh, schlimm, schlimm und ich denke mir, ey, man kann euch nicht helfen, ja? Man kann euch nicht helfen. Wie soll denn das ein Therapeut schaffen, wenn man dermaßen der Überzeugung ist, es gibt nur scheiß Männer und hat aber ein Talent dafür, sich immer diese Männer reinzuholen, ja? Gibt nur scheiß Frauen, warum hat man das Talent, genau diese Frauen immer reinzuholen? Versteht das Wechseln, ja? Lasst euch auf Menschen ein, die eben nicht Einzelkämpfer bedingt unterwegs sind und ihr werdet das, glaube ich, wenn ihr in der Selbstliebe drin seid, von alleine fühlen, das ist jemand, den treffe ich zumindest als wahren Charakter. Was passieren kann, ist eine Veränderung bei dir und bei deinem Gegenüber durch Probleme von außen in der Gesellschaft, Veränderung hormonell, Problematiken, ihr wisst, man weiß nicht, wann kriegt man Panikattacken, wer erkrankt an Panikattacken, hat man sie früh, bekommt man sie spät, ist man selbst verschont gewesen davon, aber auch wenn sich so ein Zustand bei euch verändert, seid ihr ein anderer Mensch und euer Gegenüber hat in dem Moment wirklich damit zu tun, klar zu kommen, ja? Und deswegen ist das aber nicht ein scheiß Mensch. Das meine ich, das sind dann so Probleme, die nicht berechtigt sind zu sagen, es gibt nur noch scheiß Menschen auf der Welt. Die Menschen werden scheiße gemacht durch so eine Sachen oder durch die Gesellschaft generell, eben wie weit sie manipuliert werden, ja? Oder sich manipulieren lassen oder wie auch immer. Aber das sind so wirklich Einzelkämpfer und jemand, der wirklich gegen alles und gegen jeden kämpft. Das ist schon sofort so ein Anzeichen, da steckt pure Enttäuschung drin, da stimmt was nicht, ja? Wenn man sich auf andere Menschen nicht einlassen kann und wirklich von vornherein schon, ich sehe dem schon an, der ist scheiße. Hört auf, ey, hört auf. Kann ja stimmen, ja? Es gibt ja auch einige Sachen, wo man es vielleicht sehen könnte oder weil man es durch hat oder weil man dafür I spuckt, weil man dafür sehr oft gespuckt hat, weil man eben eine sehr hohe Leitung hat, ja? Aber man muss sich alles verteufeln, ja? Man muss nicht schon voreingenommen mit einer negativen Energie in den Tag starten, jetzt mache ich meine Tür zu, oh Gott, wer weiß, wenn ich heute wieder antreffe, ja? Hä? Gleich raus wieder, der ganze Weg, der ganze Tag ist schon so blöde angefangen von den Leuten und jetzt achte ich nur noch auf Menschen, die sehr böse rüberkommen. Dunkle Aura. Naja. Ja. Ich hasse so eine Menschen, wirklich, ich hasse so eine Menschen. Ich muss es leider sagen, ich hasse so eine Menschen, die wirklich in jedem, mit denen du schon so voreingestellt so, na mal gucken, welche Idioten da heute rumlaufen. Kann mir das so richtig vorstellen, so im Park, wenn du an der Schlange stehst oder wenn du irgendwo in der Masse bist, so, oh mein Gott, guck mal die an. Ja? Es ist einfach, ach, am besten ignorieren. Mit den Leuten überhaupt nichts zu tun haben, dann würde hier auf deinem Weg gar nichts passieren können, ja? Versuche, die Schattenmenschen zu vermeiden. Versuche, die, oh, oh, schuldig. Versuche, die Menschen zu vermeiden, die wirklich kein Licht mehr in Empfang nehmen und du liegst hier klar in der Sonne, ja? Das war so mein Wort zum Dienstag. Du liegst hier einfach komplett in der Sonne und das ersetzt heute für den Dienstag in der aktuellen Gefühlsinformation oder deine Sein-Information, deinen Energiestatus, wie auch immer, in der Gegenwart, gerade bis zur Zukunft, dein Weg, ja? Falls du hier resonieren konntest, falls es gepasst hat. Dankeschön fürs Einschalten, bleib gesund und denk dran, es gibt nicht nur schwarze Menschen, auch wenn ich heute sehr schwarz gekleidet bin, aber ich habe auch eine Windel an, heute mal in weiß. Sieht wirklich aus wie so eine Windel, ne? Naja, manchen gefällt es auch. Ihr dich, tschüssi. hierher hin und Das ist selbst , was wir tun. Und, Schwarzschild, das ist. Ich habe die sind